Meine Fresse, schon wieder Werbung? Wann sagen die endlich Scheiße? Tun oder nicht tun? Willst du mich auf die Probe stellen? Willst du noch ein paar auf die Mütze? Bei uns? Keine Frage. Ich hab Fotos von dir und Steve durch ein Computerprogramm gejagt. Und so wird euer Kind mal aussehen. Oh Gott! Nein! Lasst es uns tun. Cartoons nur für Erwachsene. Alte Menschen haben auch Ehrenplatz in der Gesellschaft. Ja, er nennt sich Friedhof. Voll witzig. Montag bis Freitag, 20 Uhr. Auf Comedy Central.